Hallo zusammen! Es geht weiter mit 2 Raider 1 bis 3 Remastered. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich! Lara hat es jetzt ja nun geschafft, die unterirdischen Höhlen quasi zu verlassen. Und hier geht es jetzt weiter in das verlorene Tal. So nennt sich dieser Abschnitt. Wobei das hier auch für mich noch stark nach Höhle aussieht. Aber wahrscheinlich muss ich mich hier irgendwie rausrätseln, dass ich in das Tal komme. Sollen wir hier zu, dann wird es über 20 kmh ausgefallen, so können wir auch hier, so können wir hier also sehen. Also hier ist der Planung, aber natürlich auch hier, wie ich hier rausrätseln... Aber jetzt sollte ich jetzt werden, die ich meine Infobox angehen und dann noch nicht zuerst. Und das ist ja, kann ich nicht zuerst, dass ich mich zuerst. Ich werde jetzt hier einen Tal. Aber ich werde jetzt noch immer wieder anpassen und mich zuerst erinnern. Ich hermanche Sie uns noch mal in 2,0 Jahren wissen, dass ich mich schon mal diese Situation so auch schon mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Waffe, wenn ich mal dir einen Anschlag, vielleicht ist das wichtig, ich kann mir vorstellen, dass hier vielleicht größere Tiere kommen oder wieder Wölfe, na, komm hoch jetzt Lara, also die Steuerung, die lässt arg zu wünschen übrig, ist also nicht mal eine Unfähigkeit hier Lara zu bedienen, sondern an vielen Stellen, wollte ich sagen, steckt Lara ein, einfach fest, hat eine ganz bescheidene Sicht, man kann sich nicht wirklich mit hier umgucken und sie guckt dann in die falsche Richtung, könnte sein, dass ich hier hoch muss, sieht ein bisschen komisch aus, aber hier geht es weiter, also erstmal, ja, den Weg und die nächsten Viecher am Start, so, komm, so, das ist nochmal für die Situation, dass Lara sich nicht bewegt und irgendwie schießt und dann Schaden kriegt, ja, weil sie den Wolf nicht richtig trifft. Na komm! Das sieht schwer nach einer Sackgasse aus, na Gott, komm ich auch nicht hoch. Gut, dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig, dann kann ich nochmal Richtung Zahnräder gehen, eventuell muss ich da an der Seite links Richtung, ja, dieser kleinen Wasserfälle hangeln, denn wozu ist dieser Mini-Schlitz gut gewesen? Oder es geht hier irgendwo weiter, aber wo? Oh! 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 So, das ist wieder die typische Situation. Lara guckt nicht richtig hin, wo sie hinlaufen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt springe, springe ich 100% wieder daneben, weil ich sie nicht gerade ausrichten kann. Guten Tag. So, das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also ganz ehrlich, langsam nervt es. Lara stand richtig, ich bin richtig gesprungen, aber sie stürzt ab. Ja, muss ich wieder warten, bis der Strom mich nach unten spült. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass eventuell durch das Remastered die Steuerung kaputt gegangen ist. Denn ich bin mir sicher, als ich das hier vor gut 28 Jahren, so lange ist er noch nicht her, 27 Jahre, ein paar Monate, ich das seinerzeit am PC gespielt habe, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Steuerung nicht so bescheiden war und Lara sich einigermaßen vernünftig bewegt hat. Wobei ich mich nicht mehr an die Einzelnen erinnern kann, denn dann wüsste ich jetzt ja auch, wo es hier weitergeht. Das war's für heute. Das hier ist extrem nervig, besonders in dieser Ecke, ich kann Lara nicht ausrichten, dass sie geradeaus guckt, geradeaus läuft und ich dann hier über diesen kleinen Vorsprung über das Wasser springen kann. Das Prinzip muss ich ja einen Doppelsprung machen und mich dann festhalten an der Kante, aber das geht hier nicht. Nicht so wirklich, ich habe es zwar schon vorher geschafft, ja jetzt auch wieder geschafft, aber es hat ja ewig gedauert, mal wieder. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich die nächste Schwierigkeit, wie kriege ich Lara sicher und sauber da an der Felskante runter, dass sie sich mit den Händen festhält und nicht runter springt. Ich vermute, da brauche ich jetzt auch wahrscheinlich wieder ein, zwei Anläufe für. Ich habe es jetzt aber nochmal geguckt, ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, ich muss hier irgendwie runter an der Seite vorbei. Und da hinten auf diese, ja, ah, Glück habe, aber falsche Ecke, auf diese, das sieht, dass da in so, ja die Steine oder das Wasser drunter läuft, diese wahrscheinlich Quellen. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie hin. Da muss ich eigentlich hin. Wobei ich jetzt aktuell nicht sehen kann, ob es sich lohnt, hier runter zu springen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gleich wieder weggespült werde. Also ums Eck greifen kann ich nicht. Das heißt, ich muss mich jetzt wahrscheinlich fallen lassen. Da ist irgendwas, aber es sieht aus wie ein, ja, Mad Kid, würde ich sagen. Oder Bendy's. Na, jetzt kommt Lara ja nicht hoch, so jetzt. Das finde ich auch so merkwürdig, dass Lara an so Mini-Klippen so komisch hochspringt. Aber jetzt speichere ich es jetzt aber mal. Nicht, dass ich gleich wieder versage und dann kann ich das nochmal von vorne machen. Auch merkwürdig, dass nachdem ich in dem Speichermenü war, das Wasser hier ganz anders aussieht. Obwohl ich an der Einstellung hier nichts geändert habe. Jetzt ist es weiß und schäumend und vorher war es ja eher dunkelgrau bis schwarz. Ja, nun beginnt aber für mich der, ich sag mal, kompliziertere Teil. Wo finde ich die Zahnräder? Und wie geht es hier raus bzw. weiter? Hier oberhalb, wo ich gerade herkomme, da scheint ja nichts mehr zu sein. Der Vorteil wird wohl für mich sein, dass ich eine Pump jetzt habe. Weil ich mir vorstellen könnte, dass die Tiere jetzt deutlich größer werden und stärker. Vielleicht wieder Bären. So, die Wölfe hatte ich ja vorher schon erledigt. Also, meinem Gefühl nach geht es nur geradeaus. Weiter, da oben ist ja was, aber wie komme ich da hoch? Das sieht so aus, als könnte ich da nicht hochklettern. Oder vielleicht doch und ich übersehe es nur. Ja, das ist hier ein toter Gang, wie man so schön sagt. Außer es ging hier irgendwo links oder rechts rein, was ich im Dunkeln nicht sehen kann. Aber so wie es scheint, ist hier nichts. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwo die Felsen hoch. Aber für mein Verständnis, außer dieser Felsen sind die einfach abgeschrägt. Da kann Lara gar nicht hoch. Ich probiere es einfach mal. Ob Lara sich da irgendwo hochziehen kann. Hier wahrscheinlich nicht. Nee, dann höchstens links an der Seite. Sieht so aus, als käme ich hier aus der Höhle raus. Ups. Ah ja. Du bist ein Dino. Toll. Dinos im verlorenen Tal. Na gut, vielleicht heißt es auch deshalb das verlorene Tal. Und hier wieder das Phänomen, dass Lara nicht ordentlich zielen und schießen kann. Ich würde sagen, ich speichere nochmal. So, und jetzt ist es wieder spannend. Hier muss ich bestimmt irgendwo hoch oder reinkriechen. Beziehungsweise fehlen mir ja noch diese ominösen Zahnräder. Die werden hier hundertprozentig irgendwo versteckt sein. Wahrscheinlich kommen auch noch mehr von diesen Dino-Viechern, die die Zahnräder unter Umständen bewachen. Das da oben sieht vielversprechend aus. Das ist ja so ein Klassiker bei Tomb Raider. Oha. Die Musik heißt nichts gut. Ja, nichts Gutes. Oha. Und jetzt trifft er ja nicht doch. Aber es ist kein Schaden. Na ja, das ging jetzt doch einfacher, als ich dachte. Ich habe es nicht geschafft, die Pump rauszuholen. Ich wollte sagen, diese Brücke. Da oben ist ja so der Klassiker bei Tomb Raider. Ich muss da bestimmt irgendwie hoch und dann mir überlegen, wie ich über diese kaputte Brücke komme. So, speichern. Nicht verkehrt. Ansonsten muss ich nochmal gegen Dino kämpfen. Hier geht es rein. Das gucke ich mir gleich an. Erstmal dieses weitläufige Tal begutachten. Das gucke ich mir. Ja, seltsam. Hier war jetzt nichts aus. Ich habe es übersehen. Wertvolles, Interessantes, versteckt. Mal zurückgucken. Da ist nichts. Ich kann ja auch nirgendwo weiter hoch. Naja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Perfekt. Dann war die erste Höhle mit dem Dino wahrscheinlich nur so ein Fake oder einfach nur zum Erkunden. Denn hier ist das Zahnrad, was ich suche. Und dann werden die nächsten, ich glaube drei Stück waren es, die nächsten beiden auch gut versteckt sein. Ich vermute eins wird wieder in so einer Höhle sein, die durch den Dino bewacht wird. Und das letzte Zahnrad könnte ich mir vorstellen. Da komme ich nur dran, wenn ich diese kaputte Brücke irgendwie repariere. Und dann wird das Zahnrad. Aber hier nochmal gucken. Nicht, dass ich doch einen Abzweig während des Kampfes gegen den Dino übersehen habe. Aber es sieht nicht so aus, als könnte man hier irgendwo abbiegen oder hochklettern. Nee, da geht es bestimmt nicht hoch durch das Loch. Ja, dann war das hier nur wahrscheinlich zum Ausprobieren oder für die Neugier. Ja, dann war das hier. Das da oben sieht aus, als könnte ich da hochklettern. Jetzt die Frage, er ist hoch oder erst in diese Tempel. Ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch. Eventuell ist das der Weg zu der Brücke. Ja, wenn Lara da mal hochkäme, könnte ich das auch ausprobieren. Musik Ich vermute, ich kann ja gar nichts reparieren, sondern ich springe jetzt einfach mal. Wenn ich tot bin, bin ich tot, dann perfekt. Hat geklappt. Dann wollte ich gerade sagen, dann lade ich nochmal den Speicherstand. Hier liegt irgendwas. Ja, Zahnrad Nummer 2. Ich gehe mal ganz stark davon aus, da davor ja zwei Dinos als Wache standen. Das Zahnrad Nummer 3. Supi. Daneben, ja, Zahnrad Nummer 3. Wahrscheinlich in dem Tempel drin ist. Sigh. Sieht dann noch aus, als müsste ich tauchen. Oder irgendwie einen Schalter finden, um das Wasser auszuschalten. Aber ich gehe davon aus, das ist so eine Tauchaufgabe hier. Das sieht ganz danach aus. Ah, da ist das Zahnrad schon. Ich wollte es sagen, dann geht es hier hinten wieder hoch. So, Lara, bitte einsammeln. Danke. Jetzt haben wir erst mal drei Zahnräder. Und jetzt muss ich einen Weg hier aus diesem Tal wieder zurück in das Höhlensystem finden. Da ich ja vorher in dieses Tal, in den Höhlen heruntergerutscht bin, ist es durchaus möglich, dass ich nicht den gleichen Weg zurückgehen kann, den ich gekommen bin. Ich gucke mir jetzt erstmal alle Ecken und Winkel hier an, ob es hier noch irgendwo was Schönes, Verstecktes gibt. So, wie geht's? So, wie geht's? So, wie geht's? Das war's für heute. Ja, und das hier sieht so aus, als käme ich hier nicht mal hoch. Nee, Lara rutscht runter. Kann natürlich sein, dass hier irgendwo eine versteckte Nische oder irgendwas ist, wo ich mich hochziehen kann. Aber es sieht nicht so aus. Nee, ist alles schräg. Hier komme ich nicht hoch. Nee. Gut, dann gucke ich jetzt nochmal draußen. Gut, dann gucke ich jetzt mal. 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 Hier war ich noch nicht. Einmal kurz gucken, was da schönes drin ist. Oder ob es hier weitergeht. Ne, hier gibt es nur Schrot. Hört man ja auch an der Musik, dass das hier ein zu findendes Geheimnis ist. Gut, dann gucke ich mir noch andere Nischen an, ob es hier weitergeht. Und ansonsten muss ich gleich nochmal zum großen Haupteingang und da gucken, wie und wo ich da zurückkomme. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich nehme an, ich muss hier wieder zurück, aber wo? Noch sehe ich es nicht Ich kann erst mal probieren, an der Schrägen hochzuspringen, ob Lara sich da hochziehen kann Oh, das kann sie, ich fasse es nicht Oh, das ist da nicht schräg an der Stelle Ach ja, jetzt sehe ich das Das ist immer so ein Stückchen schräg und so ein ganz klein bisschen Nee, hier geht es nicht Und so ein ganz klein bisschen gerade Und da kommt Lara dann hoch Na, perfekt Dann sollte das ja jetzt mit den Zahnrädern klappen Wobei ich wahrscheinlich jetzt wieder ewig brauchen werde Um Richtung Zahnräder zu kommen Weil ich an dieser einen Nische wieder verzweifeln werde Und so ein bisschen Und so ein bisschen Ich vermute, hier komme ich nicht hoch Das habe ich ja vorher schon mal probiert Aber dahinter ist was, das sieht man ja Einmal speichern Und dann nehme ich mal Anlauf Und springe da mit dem Doppelsprung hoch Vielleicht klappt es ja jetzt Und dann kommt der Zahnräder zu kommen Und dann kommt der Zahnräder zu kommen Vielen Dank. Es ist nicht zu glauben. Beim ersten Mal geschafft. Wahnsinn. So, dann sollte es mit den Zahnrädern auch kein Problem sein. Und dann bin ich gespannt bzw. freue ich mich darauf, was dann noch verrät zu kommen. Oder ob es dann schon fertig ist, die Mission. Ich glaube es nicht. Ich nehme an, die Zahnräder, wenn ich jetzt da reinstecke, den Hebel drücke, die lösen irgendwie einen Mechanismus aus und danach passiert da noch was. Die Zahnräder So, jetzt hat sich irgendwas gedreht. Aber wo? Das Wasser ist da unten noch da. Also, das ist nicht weggelaufen. Aber, muss ich noch was machen? Nee. Passiert nix. Jetzt muss ich gucken, wo sich was geöffnet hat. Das klang nämlich so, als wäre irgendwo eine Tür aufgegangen. Aber das ist ja bei den alten Tomb Raider oder auch bei den neuen Jahrland teilweise so, dass man nicht... Ah, doch, da unten. Dass man nicht genau sieht, was man ausgelöst hat. Und das ist das, was ich ja schon vermutet habe. Ach, jetzt hätte ich sogar noch einfacher an die Schrotflinte kommen können. Das ist ja das, was ich vermutet habe, dass ich das Wasser umlenken muss. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ich vermute, da jetzt hier überall Wasser drin ist, komme ich in den letzten Raum, in dem ich vorher ja nicht weitergekommen bin, dann mit Tauchen nach oben und kann irgendwo rausklettern. Und eventuell ist das ja das oder der Raum, das der Raum, ja so, den ich vorher von der anderen Seite gesehen habe, wo ich mit dem Doppelsprung nicht hingekommen bin. Das könnte er sein, oder? Ja, sieht genauso aus wie das Muster, was ich von der anderen Seite sehen konnte. Es macht Klong. Also ist hier irgendwas versteckt. Ist wahrscheinlich jetzt ein Geheimnis. Eventuell hätte ich hier gar nicht lang gemusst. Wieder Schrot. Was haben wir da? Med Kidney Bandys. Und noch was. Da ist noch was, ja. Nochmal Schrot. Und dann wird es hier nichts mehr geben. Dann kann ich jetzt wahrscheinlich da durch das Türloch rausspringen. Und dann... Ah, es sieht so aus wie die andere Seite, auf der ich vorher gestanden bin und nicht hier rübergekommen bin. Und dann wird es hier nichts mehr geben. Dadurch, dass die Tür jetzt geschlossen ist, oder ich die ja umgedreht habe, ist das Wasser jetzt hier weg. Das heißt, hier hat sich jetzt hundertprozentig irgendwo ein Gang geöffnet, den ich im Wasser nicht benutzen konnte, weil das Wasser mich ja durch die Wasserfallströmung die ganze Zeit weggespült hat. Aber irgendwie ist hier nichts. Eventuell hat sich dann am Wasserfall was getan, denn er ist jetzt auch weg. Ja, das sieht nach der Lösung aus. Hinter dem Wasserfallschleier ist eine Tür, beziehungsweise ein Durchgang. Und da geht es dann jetzt hoffentlich weiter, beziehungsweise wahrscheinlich sogar in den nächsten Level, vermute ich. Ja, damit ist es vollbracht. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.